Jo Freunde, willkommen in einem neuen Video. Und zwar eröffnen wir heute drei schäuge Herrschaft Booster und eine Mini-Teen von Shining Fates. Und heute haben wir zum Gast den Thomas. Servus! Und der eröffnet auch zwei Booster und eine Mini-Teen. Genau, ich beginne mit den Booster und dann machen wir immer abwechselnd. Zuerst beginnen wir mal mit dem Galar Zaptos Booster und hoffen, dass das Glück bringt, was mir der Thomas ausgesucht hat. So, jetzt haben wir schon den Glob-Tobus. So, Trick 4. So, wir haben eine Psycho-Energie. Beoni, den hat der Philipp in Rainbow gezogen heute. Dann Spiral-Energie, schaut cool aus. Hügel des Deiner-Baums, Glob-Tobus, Scarabon, cool. Nice. Zweite Generation taugt da, gell? Voltilarm auch wieder. Igni-War, Potokil, geil, schaut cool aus. Geschenke. Alpollo in Reverse Holo, cool. Und Copaglio! Oh, nice. Ein legendäres von der fünften Generation, glaube ich. Jetzt hat der Philipp auch gezogen, glaube ich. Ja, aber gleich mal ein guter Einstand. Ja, schon gut. Holo, Reverse Holo. So, dann öffnen wir das Arctus-Pack. Dir gefällt das Galar-Lava-Dos am besten, oder? Von dem... Das Lava-Dos schaut einfach mega aus. Ja. Das wäre geil, stell dir vor, dass du siehst heute. Das wäre der Jackpot. Das ist ja Weltklasse. Ich glaube, es ist eh die teuerste Karte in dem Set. Wirklich? Ja, die. Was am besten ausschaut. Ja. Die allzentrierte. Feuerenergie. Bioni. Fleckleon, geil. Starter. Primano. Smogon. Smogel. Macabaya. Schnippedeck. Formeo Regenform. Drassler. Zarude, geil. In Reverse Holo. Zarude ist auch leimend. Dein Liebling, oder? Ja, von den neun. Uuuuh. Ein Gliopa. Ein Gliopa drauf passt auch geil. Auch geil. Ein Kätzchen, ja. Schaut richtig schlecht aus. Cool. Na bitte, nimmst du. War schon uncool aus. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Package. Sind wir besser geworden, wenn es jetzt noch besser wird? Ja. Das wäre schon geil, ja? Hast du gut ausgesucht dabei. Das ist aber echt schon eine gute Ausbeute. Hast du ja auch gut ausgesucht. So, letztes Pack. Von Schauergeherrschaft. Danach eben, wie gesagt, Shining Fates. Grenzen Schicksal. Öffnen wir danach. So, Bassenergie. Wieder ein Apollo. Diesmal normal. Camillo. Sephora. Jetzt haben wir mehr Trainerkarten, okay. Golbitz. Ladybar. Formeo. Formeo. Formeo Sonnenform. Galama Kabaya. Schlaraffel in Vöa Solo. Und... Ramotte in Rare. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ich fang auch an mit dem Zapdos. Okay, okay. Okay, cool. Okay, okay. Okay, okay. Stolunio Hoppla Hoppla Schimpfe Das ganze Start Das war der Start Uuuu Zebris Revers Revers Schaut nice aus Der gefällt mir Uwe Kecleon Re Ja Aber schaut cool aus Das Kecleon Den hast du eh auch Ich glaub den hab ich auch gezogen Ich glaub den hast du letztens gezogen Ja den hast du glaub ich sogar bewertet Im letzten Video glaub ich kann es sein So jetzt kommt Lavados Jetzt kommt Lavados und fertig Komm 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 Oh verkehrt So komm 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 Stahlenergie Stichrolle Ekko Kloptobus Hornleo Klassiker Flickmann Palnofisch Ja jetzt hab ich auch noch aus Paloentwicklung Hoppla Reversal Cooles Starter Und Sengok Sengok Schade Aber vielleicht ist die Minitin auch super Ja Ja was ist das eh Können nicht alle so Eh aber Alle Booster so gut sein So Jetzt gehts weiter mit Shining Fates Minitin Was ich mit der Kamera fokussiere Jawohl Fokussiere der Griff Kyogre Das war die letzte Tin die mir gefehlt hat Deswegen hab ich es genommen Oh eine Evoli Münze Die Münzen unterscheiden sich Der Philipp hat letztens eine Mewtwo Münze getrunken Echt Geil Also echt geil Ja ich hab auch gewusst dass wir es machen So dann haben wir Kyogre Ein Kluok Pack Und ein Katapultra Shiny Pack Ah diese Minitins sind Ich brauchst immer so eingequetscht leider Hoffentlich Tut sich nicht von der Qualität So wir beginnen mit dem Katapultra Pack Smuggeln Wir haben eine Kampfenergie Aboteos Balduin Urgel Smuggeln Barmelin Knacklion Bautz Kleptifux Shynux in Reverse Holo Und Manafee in Rare Den hab ich auch schon tausendmal glaub ich So Ein Booster noch Das Kluok Pack Welche Minitins tun dann? Celebi Celebi Jawohl So Eins, zwei, drei, vier Wir haben eine Blitzenergie Ein Boelin Arena Trainer Gymsticks Scheinux Weberrack Come on, come on, come Barmelin Kupfanti Tusca Jimpeb in Reverse Holo Und Kamalmin Rare Nicht so gute Ausbeute Aber Wulst Das passt schon Kann nicht nur was Gutes dabei sein So Jetzt bist du wieder dran Opa Opa So So Jetzt komm ich mit meiner Celebi Box Tin Mit die Tin Oh Mewtwo Münze Echt? Geil Ah, na bitte Na wenigstens geil Das ist lauer Nice sauce Gefällt mir? Die ist schon recht nice Steckbrief von Celebi So Jo Bas, was ist du? Reflex Und Katapultabäck Fink So Energie Wotan Tropeas Urgel Den habe ich auch in Reverse glaube ich Snom Snom Yanma Coutini Eboli Mois süss Mois Beko Uh Das ist schon gespoilert Oh Da glänzt du Oh Ditto VMAX Geil Shiny Das ist lauernd Und Celebi In Rare Geil Geil Celebi in der Celebi Tin Das ist lauernd Nice Na bitte Pick it Ditto Geil Ich bin blau und die Dame Ditto Und Das Katapultra Noch Ja, die Mini-Teen hat sich ausgezahlt Voll Gut, dass ich Dreimal eine neue genommen habe Das stimmt, ja Da war lang rum Feuer Ja Luxio Yanma Zum 15. Mal heute Ein Knackli Das ist auch 20 Mal Chimpap Scheinux Smogon Oh Baby-Shiny Mein erstes Baby-Shiny Jawohl Ja geil Voll cute Nice Und Ein Kamalm Hast du auch noch Der Lichtzug Bitte Eine Mini-Teen Eine Baby-Shiny Und ein Tito Ja passt Ok Freunde Wenn euch das Video gefallen hat Und mit Thomas Dann lasst einen Daumen hoch da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao